Weit auseinander gehen die Auffassungen, was die Praxis der Ferkelkastration in Österreich betrifft. Bauernvertreter sprechen von schmerzarmen Methoden, Tierschützer von Tierquälerei. Warum Ferkelkastration überhaupt noch erlaubt sei, sei unerklärlich. Es trifft die männlichen Ferkel in ihren ersten Lebenstagen. Damit das Fleisch später keinen Ebergeschmack annimmt, werden die Kleinen kastriert. Bei der Kastration ist es so geregelt, dass innerhalb der ersten sieben Lebenstage diese Maßnahme ohne Schmerzbehandlung durchgeführt werden darf, und zwar vom Landwirt. Zweieinhalb Millionen Mal wird das laut Veterinärmedizin in Österreich so gemacht, ohne Narkose. Wie jedes Lebewesen haben auch Schweine an den Geschlechtsteilen die meisten Nerven und das größte Schmerzempfinden. Und wer schon Bauchschmerzen gehabt hat und Eingeweideschmerz, insbesondere nach Operationen, der wird das möglicherweise nachvollziehen können. Also dieser Schmerz ist erheblich. Für Tierschützer ist die Kastration in dieser Form extreme Tierquälerei. Bauernvertreter sprechen davon, dass es auf freiwilliger Basis schon seit Jahren eine schmerzarme Kastration gebe. Da streiten sich in Wahrheit Experten, die Ärzte, Wissenschaftler, ist es notwendig, Schmerzen hundertprozentig auszuschalten oder die Schmerzen ertragbar zu machen. Und das ist eben auch die Grundlage, dass wir noch ein paar Jahre brauchen, um wissenschaftlich fundierte Ergebnisse zu erlangen, was auch für das Ferkel das Beste ist. Tierschützer sehen das anders. Es gebe klare Alternativlösungen für die derzeitige Praxis, etwa die sogenannte Immunkastration mittels Spritzen. Es gibt jetzt keine Notwendigkeit mehr einer großartigen Diskussion. Wir brauchen jetzt eine Lösung und viele, viele Jahre haben die männlichen Ferkel diese Schmerzen schon erleiden müssen. Jetzt muss Schluss damit sein. Und das nicht in einigen Jahren, sondern wie in Deutschland mit Anfang 2019, fordern Tierschützer.